Okay, ein fehlgeschlagener Versuch. Oh! Also nochmal, diesmal nehmen wir direkt als erstes gleich den Echsenpriester aufs Korn. Also nochmal, diesmal nehmen wir direkt als erstes gleich den Echsenpriester aufs Korn. Fuck, fuck, fuck. Tochter Winkel. Leck mich voll in die Fresse. So, das hätten wir. Ein Levitations-Zauberspruch, bitte. Ja, nein, da ist ja noch einer. Alter, das hat nicht gerade ein wenig stutzig gemacht. Ach, Rufus ist tot. Diese Penner, dafür werden sie zahlen. Huah. Ich hoffe, ist der gut. Ich kann es immer noch nicht fassen. Die Penner haben Rufus getötet. Ist ja fast noch schlimmer, als wenn man Kenny umbringt. Hm, ich glaube, ich weiß, dass das ist. Das sind Gasbehälter. Ach, der mittlerweile nicht mehr. Oh ja, das ist schön. Okay. Wir versuchen das Ganze nochmal. Also. So. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ach ja, jetzt hacke ich den kaputt, oder nicht? Na, Spitzhacke. So. Irgendwie wusste ich das. Was? Speicher. Was war das denn? Penner. Okay. Was war das? Das gibt's doch nicht. Okay, nochmal. Das kann's doch nicht geben. Warum ist der so viel schneller als ich? Okay. Wir probieren es nochmal. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. 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 Klar, von von meinen Seiten. Ich habe sonst nichts zu tun. Ja. 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 Da habe ich im Flug nochmal erwischt. Hm, vielleicht sollte ich mich heilen. Ich heile mich jetzt immer mit den ganzen kleinen Pflanzen hier. Warum mir dieser blöde Trick nicht vorher eingefallen ist? Dann hätte ich mir so manche Fresserei-Stunde ersparen können. Wie hat er da denn automatisch gespeichert, ey? Das hätten wir auch geschafft. Noch gerade hier runterhüpfen. Was? Wo? Was? Echsenkrieger. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Zeig mal ein Mitgefühl. Die Strafe für Fassel. Gut. Diese Säulen hier müssen wir beobachten. Und zwar... Ja, hier ist auf der ersten Säule ist von Ursegor, Herr der Titanen, die Rede. Die Säulen müssen wir auskundschaften für diesen... Ja, wie heißt er doch gleich? Ähm, dieser Typ. Dieser Eremit. Mir wisst schon, wen ich meine. Genau der. Wie heißt der Penner? Auf jeden Fall haben wir doch hier diese blöde Quest. Ach, nicht B. B ist mein Hartweg. Ä, äl, ja. Bericht den Doiden, Eldrick. Dafür ist das. Und die Sache schme... Gut mög. Wenn du eine Falle findest... Wenn du eine Falle findest hier. Ich zeig euch jetzt mal, was er mit Falle meint. Bumm. Toll. Ja, war schön. Schön zu muß. Verarbeitet hier. So, wie entschärfe ich den Scheiß jetzt? Keine Ahnung. Ah, doch, da hinten ist ein Hebel. Das machen wir ganz einfach mit Telekinese. So, geschafft. Jetzt werden wir hier durchgehen, die vorrennen lassen und möglichst alle Echsenkrieger, die wir treffen, töten. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Hallo, ja. Wie? Das war's schon? Ich will nur nicht, wenn ich kein Knoten kriege. Ich will nicht. Boah, ja. Gut gemacht. Schwachmann. Volltreffer. Los, rennt vor. Ich hasse diese Drecksviecher. So, das hätten wir. Hier liegt doch gar nicht noch irgendwo ein Schwert. Egal. Ah, hier ist noch so eine Säule. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Tit... Er gab mir die Macht... Er gab mir... Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich mächtige Werkzeuge... Ja, hier ist eben wieder von diesem Ursegur der Rede, dem ein dunkler Gott die Macht gegeben hat, die Tarn zu sehen. Was ohne dieses Okular, was eben der Inquisitor nicht hat, hat, nicht geht. Eben dieses Okular ist gemeint, dieses Ding, was er auf dem Auge hat, damit kann er die sehen. Dann hat er einen getötet, äh, nicht getötet, sondern gefangen genommen. Und hat ihn halt unterworfen. So, und da von der hat... Er hat ihm eben diesem Titanen den Befehl gegeben, ihm Rüstungen und Waffen zu machen, damit er weitere Titanen unterwerfen. Und gefangen nehmen und was weiß ich alles kann. Ja. Noch eine, was ist... Wo ist hier drin von Jurele? Ich bin Ursegur. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprachen... Und ich hörte... Ja, Ursegur hat halt als Untertanen die Echsen, dass wir dem Ding gesagt... Hey, Inquisitor. Öffne, äh, öffne die große Zugbrücke. Ja, das tue ich. Aber erstmal gehe ich hier runter. Oh, er hat Vorräte mitgenommen. Die Chinesen kann ich immer gebrauchen. Kann ich immer gebrauchen. Kann ich immer gebrauchen. So, 55 Exenschwerter mittlerweile. Das... 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 Ich komme ja so nicht mal am Ansatz auf 2000. Egal, erstmal... So, mal sehen, was hier unten noch ist, bevor wir uns da hinten dem... Der Quest zuwenden. Ja, was ist das?